Mein Name ist Hedwig und ihr schaut Stich.tv mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline mit Freunden. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Dein Lieblingsessen? Leberkäse. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Weiter. Morgens im Bad brauche ich... Meine Ruhe. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Auf Musik. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Weiter. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Alles, was auf RTL 2 läuft. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Verrückt. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Eher so nachts. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern willst? Weiter. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Die von meinem Mann manchmal. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Weiter. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Äh, Jim Beam Cola. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Weiter. Was hast du als letztes geklaut? Gar nix. Lieber große oder kleine Trüsten? Äh, klein. Deine Lieblings-App. Meine Lieblings-Was? App. Instagram. Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft? Weiter. Was würdest du niemals essen?